Der Urlaub, der Klempner und das Abendessen sind schnell per Smartphone gebucht. In großen Fabrikhallen erstellen und warten viele Menschen automatisierte, vernetzte Produktionsstraßen. Künstliche Intelligenz berät bei der Kleidungswahl, in Rechtsfragen, bei Finanzanlagen und auch bei ärztlichen Diagnosen. Digitalisierung ist also bereits heute gelebte Realität. Und ja, das verändert auch unsere Arbeitswelt. Ausgelernt gibt es nicht mehr. Schon heute arbeitet ja jeder zweite junge Mensch bereits bald nach der Ausbildung in einem völlig anderen Beruf. Und ja, Digitalisierung ist auch eine große Chance auf Fortschritt und Wohlstand. Damit jeder Einzelne diese Chance ergreifen kann, brauchen wir ein Update der beruflichen Bildung.